hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play team moddingwelt auf der hermannseck wieder mit dabei der kevin hallo der max hallo servus und meine wenigkeit hallöchen hallo ja wir sind durch mit der ernte die kartoffeln sind sehr schön und sehr sicher untergebracht an einem weit entfernten versteckten ort sehr weit max hat sich fleißig um die tiere gekümmert denen geht es mittlerweile auch wieder prächtigst und ja wir machen uns jetzt auf den weg und werden anfangen die felder wieder für die nächste aussaat vorzubereiten sprich der kevin und der max werden pflügen und ich fahre mit dem gruber hinterher genau muss auch mal gps einstellen was ist da max da kannst du kein kuss von mir glauben hätte ich eh gemacht ja ja ich weiss doch ich weiß nicht aber ich glaube so in dem tempo werden wir nicht lange freude haben an dem feld ich glaube ich werde mir da mal ein bisschen drasteln ich bin raus da los ich bin raus da los ich bin raus da los ich bin selbst eingedrückt nur ein kmh voll ja gemütlich deswegen wolltest du den schlepper haben eine sitzpresse das wusste ich gar nicht das ist so gut und ist jetzt so pflüge das ist blöd für die kathrin ja ok ja wieso ach so wegen wegen dem grubern das ist ja egal das vorgewöhnlich machst du mit dem grubern oder ich fahre durch den zahlen ist egal es geht ja hat mich still fährst du 14 15 ich fahre jetzt mit 9 kmh ja ich stelle mir jetzt auf 10 ok 10 10 ja ne rassborduch kann man ja duppelt auf ihre hast du jetzt am aussen oder vorn geschossen hui und oben war ich wo schon geht's ne Max ich sollt rückwärts fahren kann ich nicht rückwärts fahren was ist jetzt los guten tag guten tag hallo riku hallo gut seit seid ihr noch beim aufnehmen ja macht aber nichts ok hängen ja da hängst du im baum wahrscheinlich ne wie eine vermutung ja ja nützt und ich komme ok Schön gemütlich. Synchro-Partei. Synchro-Partei. Ja. Guten Tag. Guten Tag. So, was kann der Rika jetzt tun? Ähm, ansehen. Wir sehen hier eigentlich, ja. Ja, ja. Mais würde ich sagen, können Mais für die Schweinchen. Oh ja. Okay. Wo ist denn die Sämaschine? Schau mal, ne? Irgendwo auf dem Hof, ja. Okay, das ist so gestanden. Ich glaube, ich habe so ein kleines 3-Meter-Hopperchen. Was gibt es da zu lachen? Ich habe nicht gelacht, hallo? Jawohl. Dö, was? Ich habe es genau gehört. Habe ich alles hier auf dem Video. Ja. 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 Ja, Rico, was hieß, äh? Nichts? Ich muss erstmal umrollen. Ach so, ich dachte du. Sag mal, wieso muss ich mein GPS bei jeder Bahn neu ausrichten? Was stimmt denn da jetzt wieder nicht? Das ist ja die falsche Arbeitsbreite, 3 Meter. Wie läuft die Grube? 3 Meter. Wo ist das denn? Ich habe es nicht. Stimmt das nicht. Nein. Wenn ich es jetzt ausrichte, dann stimmt es unten wieder nicht mehr. Warte. War es zu schräg oder was? Es war schräg. Ja, was passt unten nicht. Ich verstehe, ich verstehe, was passt. Leicht versetzt. Ach so, der, na, ja gut, okay. Ich sehe, warum. Der Grube nimmt ein bisschen mehr mit als 3 Meter. Ja. Deswegen. Ja, das H genau ist das nicht, Katrin. Das ist ein bisschen, das... Das H hat ein bisschen Zugang. Ich muss aufpassen, dass die Schweine nicht über den Haufen fahren. Ich muss aufpassen, dass Max nicht über den Haufen fahren. Ja, Max, wir sind ein bisschen schneller als die Katrin, ja? Was? Ein bisschen schneller als die Katrin, sage ich. Ich lasse mir zeigen. Ja, wir fahren 10 Meter. Ja, wir haben 4,4 Meter insgesamt. Ach so, ja. Plum, 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 plum. Wir werden doch verhungern. Ja, nein, heute gibt es noch Schnitzel. Kann man es noch essen? Ja. Schöke, heute gibt es noch Schnitzel, ne? Hast du schon plattgelopft, oder? Ja, klar. Ist schon plattgefallen. Toll. Wie war es denn? Ja. Wie war es denn? Wie war es denn? Wie war es denn? oi 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 Wo soll jetzt was gesät werden? Auf der 7. Körnermais. Also Mais. Ah, ja. Miest. Ich bekomme Hunger. Scheiße. Jetzt kriegst du Hunger. Ja. Wiege die Schnitzel. Ich weiß es nicht, nein. Ich hätte noch Glasnudelsalat da. Ja, Paul, das spricht mir zu viel, ne? Was ist denn das? Glasnudelsalat. Ach so, Glasnudeln jetzt ja. Ja, ja, da machst du einen Salat draus. Da tust du die Glasnudeln... Naja, kochen tust du sie ja nicht. Die tust irgendwie... Die schmeißt du in eine Schüssel und schüttest kochenes Wasser drüber. Und dann warte es 5 Minuten, lässt sie abtropfen. Dann tust du das Hackfleisch anbraten, schön würzen. Paprika rein. Sojasauce. Und dann schmeißt du die Glasnudeln wieder dazu. Max Baum und so, ne? Ich hab ihn gesehen. Und das sah jetzt sehr ungesund aus. Ja, äh... Zug heben. Vielleicht besser, ne? Können wir noch hängen? Tschüss, Max. Und dann sind die Zäune hier so elastisch. Max hebt ab. Tschüss, Max. Tschüss. Er fliegt gut. Max fliegt in den Urlaub, glaube ich. Wo will er denn hin? In den Urlaub. Mit dem Strohballen? Dann wirst du sofort mit dem Strohballen. Zu den anderen Strohballen wieder, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier machen würde, wenn das alles Kollision hätte. Das wäre interessant. Also ich wäre da voll aufgeschmissen. Jetzt war vorwärts, ich weiß es nicht. Äh... Okay. Nicht die Dukaterin. Ich glaube das. Eieiei. Der Stein ist weg. Ja, mit den Steinen hier mache ich auch öfters Bekanntschaft. Oh. Nette Bekanntschaft oder eher weniges? Nicht so wirklich. Die liegen einfach zu ihm weg. Ja. Weißt du was das für? Keine Ahnung. Das ist schon echt unverschämt. Echt unverschämt. Ja. 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 Rico, kann man nicht in die Raufe bei die Pferde was reinschmeißen? Nee, oder? Nein. Sehr schön. Nee, du kannst Stundballen reinschmeißen, weil wir sie nicht auflösen. Nee, da kommst du nicht mehr dran. Im Winter kommt einer von allein. Oh, das ist cool. Das ist cool, ja. Ui, ui. Das bist du nicht, Max, musst du aufpassen. Das geht schon. Geht schon, ich hänge. Ey, mein Flug ist falsch gedreht. Um Gottes Willen. Gott sei Dank habe ich keine Aufnahme. Ja, ich muss den Flug drehen. Hattest du trotzdem gesehen? Wer? Was? Wer hat es gesehen, was hast du gesehen? Ich? Was denn? Ich habe voll mit der Kamera draufgehalten. Ja, geil. Jetzt werden es alle, alle Welt wird es erfahren. Oh mein Gott. Jeder. Jeder. Morgen die Nachrichten, ne? Klar. Ich bin auch, dass du den Flugfasch gedreht. Überall auf der Titelseite. Okay. Breaking News. Dann wird es eine Sondersendung geben dann. Ja. Da werden es Sondersender extra schaffen dafür. So wichtig wie ich bin, ne? Ja, ja. Klar, ne? Kann man verstehen. Ei, ei, ei. Der Riko kommt mir so bedrohlich nach. Ja, der Riko gibt wahrscheinlich Fußstoff, ne? Ich fahre nur mit 2 km und er Fußstoff. Ich habe ja 6 m. Du hast 6 m. Keine 3 m. Und ich mit Max 4,2 m. Ah, 4,4 m. Entschuldigung. Aber bei der Sämaschine brauchen wir nur gestochen die Gruppe. Wäre super, ne? Toll. Wir machen es trotzdem, weil wir können es. Genau. Du hast ja schon das Vorgehen. Ich muss es nochmal drüber führen. Das hilft nichts. Selber schuld. Ja, Max. Ja, das Kloß muss aus dem Weg. Ich weiß es nicht. Außerdem haben wir ja gesagt gehabt, unsere Ecke hier kriegen eine Wellness-All-Inclusive-Vollbehandlung. Ach so, okay. Ja, egal ob sie es brauchen oder nicht. Wie vor ist der Feld 11? Jawohl, ja. Du, bremsst dich ein. Habt ihr ja schön Kartoffeln, ja? Ja, die sind schon weg. Ja, waren wir sehr fleissig. Wir haben sie auch schon verräumt. Oh ja. Max, ich wusste mein GPS-Kussett was verschieben, gell? Also... Was musst du jetzt neu klauen? Keine Ahnung. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hinterrede Wandel hat da Luft. Oh ja. Baume! Wait, wait. Oh ja! Oh ja. Bleibe ich noch in einem Sumpf. stecken. Was? Ja, da musst du aufpassen, die Säcke ist gefährlich. Ganz, ganz gefährlich, die Säcke. Das macht nichts. Wenn ich stecken, dann steige ich aus und gehe zum Hof und mache Mittag. Genau. Ja, gut. Komme ich danach. Es gibt Kartoffelbrei. Sehr schön. Mit Kartoffelpuffer und Pommes. Ja, mit ohne Butter. Sehr cool. Warte mal, hier kohle sie an. Ja, hat sie. Erst mal Max in die Spur fahren. Eieiei. Eieiei. Ja, dann würde ich aber sagen, wir kommen für diese Folge mal wieder zum Ende. Soweit? Ja, tatsächlich. Ein Mikro. Ein Wahnsinn. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und ich sage schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.